Es ist einfach herrlich, unter einem Kastanienbaum mitten in der Stadt zu sitzen. In dem Fall hier in Imst. Ganz in der Nähe, dort unten, ist die Bezirkshauptmannschaft. Aber was ich eigentlich sagen wollte, vis-à-vis am Stadtplatz Haus Nummer 11 befindet sich die städtische Galerie Theodor von Hörmann. Das ist eine Galerie, da kann man einfach hineingehen. Das kostet nichts, der Eintritt ist frei. Und was wollt ihr eigentlich? Ah ja, euch einen Trailer zeigen als Ankündigung für die kommende Ausstellung. Ich glaub das wars, oder? Hallo Maria. Hallo Maria. Hallo Monika. Bist du da? Ja, jetzt sehe ich dich. Es fehlt nur noch du. Alles klar. Ist alles okay, ich bin ganz aufgeregt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich aufgeregt bin. Es ist schon Samstag, am Montag fahre ich weg. Ich bin gerade dabei. Da wird es jetzt Frühling, oder? Ja, wir haben Frühling. Und schau, wir werden zeigen, dass die Orchideen früh sind alle. Ja, lass schauen, wenn es jetzt kalt wird. Ja, mit 30. Ist doch. Musik Musik Maria, pfetti, wir sehen uns, bitte, bis bald, bis ganz, ganz bald, pfetti, 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 ciao